dann standardmäßig ich möchte ach weil wir den ich im classic mode gespielt haben mit gold star arbeiten wir dran ich möchte erst mal ist die prinzessin der karo prinzessin spielen sie ist ein mage keine karte aufdecken bei einem paar kriegen wir doppelter doppelten angriff wir können items storen das kostet mich eine energie um items ist also sie arbeitet viel mit items store portion of life ist ein consumable drei von drei spielen wir im classic mode aber kann man die feier machen die die machen wir noch was ist das fountain of life oh okay wir versuchen das am weitesten links zu benutzen die taverne hier overpriced food können wir da kaufen 20 bucks live okay die mine ja da können wir das zeug kaufen ich würde fast sagen gehen wir da mal hin und erhöhen das limit im shop oder wir können auch hier schon mal gucken was die upgrades wären kostet 10 könnte uns leisten das wäre nicht verkehrt kommen wir gehen zum schwarz schmied klopp dankeschön und dann elite wie viel life hat das 87 2 eigentlich wollte ich zum das ist interessant wir könnten hier food abkassieren okay machen wir mit 16 damage das stecken wir wieder rein ach er ist weggelaufen kriegt das sind die belohnungen oh man wenn er getroffen wird entflammt er alles okay das ist geil warte ich kann ihm auch sachen klauen stark also wenn ich jetzt das da mache ach das zeigt ich dachte wir klauen die ja gut dann nicht lesen ist von vorteil lesen ist wirklich von vorteil hörst du mir es ist wirklich von vorteil vorabeneig es ist es aber es ist es ist eh Ey! Sie ist voll geil! Gosh! Sie spielt sich weird. Das hier? Ja bitte? Wir brauchen definitiv mehr Kartenzugteile. Er wird für 38 angreifen. Und zwar, weil er Clubs hat. Immer noch! Klasse! Ah! Ow! Oh! Hm. Naja. Immerhin. Wow! Leg mich an! Zückerli! Oh! 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 Was ist Explosive? Wenn das Monster stirbt? Ja, moin auch. Komm, wir gehen ins Troll-Casino. Troll-Poker, was hat er? Momentan High-Card Ass, maximal zwei Asse. Okay, machen wir mal 5, 6, 8 zum Live. Okay, das wäre ein zweites Ass. 4, 5, dann würden wir die... Ja, das ist die Frage. Nimm ich die 4 oder die 9 da nach links, ne? Ich würde sagen, ich nehme die 4 nach links. Hier das Ass. 4, 5, 6, also eine 7 brauchen wir hier. Und da. Okay. Dann machen wir... Komm, ich nehme die 7. Ah, eine 5 auch nicht schlecht. Ja, alles gewonnen. Okay. Stark. Schwein gehabt. So, Castle of Hearts. Der Castle Inn. Ja. Der Shop. Wie schaut's aus? Wir könnten... ...auf... ...Pair-Gedöns gehen, ne? Ich glaube, das machen wir. Äh... ...Wie komme ich wieder raus? Ah, hier. Was zum Henker? Äh, Flo-Marc, was könnte ich denn tauschen? 3 Energie für 3 Chips. Jo. 7 Energie für 5. Der Dungeon gibt mir nochmal 13 Chips. Ja, komm. Wollen wir mal versuchen. Er greift für 10 an mit einer schwarzen Karte. Ja, jetzt erst mal die Pairs bekommen, ne? Okay, das ist jetzt nicht so tragisch. Ja. Zack. Ständig die Karten ziehen, ist auch so eine Sache, ne? Ja. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Wir machen da sowieso was rein. Ach, ist tot. Gut. 3, 4, 5, bla, bla, bla. Ach so, das... ...Dämonisches Ei. Böse. Okay. Können wir das da mal ändern? Wir haben immerhin die Neuner. Böse. Stark. Das habe ich nicht gesehen, dass der auch Karten hat, die hier zusammenpassen. Lass! Kostspielig, ne? Sehr kostspielig. Einer noch, um mehr Karten zu ziehen. Da kann ich ihm auch sagen, mach das. Und... Ja. Ein Handy dafür. Dann könnte ich aber auch fast schon sagen, wir benutzen die Gems so oft. Zumindest einmal aufwerten. Na, das hat doch schon mal absolut gar nichts gebracht. Wow! Zwei hast du hier rein. Wir werden gecursed. Oh, da... Oh, ja, mein auch. Wir haben genau ein Paar. Okay. Äh, ja, lieber zum Blob. Oder? Ja. Sag mal. Fuck, er lebt noch. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Mehr standardmäßig ziehen. Danke. Er greift schon mal für 14 an. Super. Er greift doch nicht an. Er greift an. Hm. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Okay. Okay. Stark. Ja, auf zweimal das gleiche zu gehen ist schwierig, ne. Ja, mit Poison. Er hat schon mal ein Paar. Ja, moin auch. 114 live. Ja, mit Poison. Was für Mumpitz-Karten, ne? Oh, und er hat ein Paar. Supi. Komm, ich bin irgendwie three of a kind. Ei, ei, ei. Wir hauen die Dinger raus wie, wie, keine Ahnung was, ne? Okay, mindestens 30. Zieht er nochmal zwei. Okay, nee, das passt. Oh, er tötet uns. Ah, four-Card-Flush. Das heißt, die Herzen müssen irgendwie weg. Jetzt habe ich ihm einen anderen Four-Card-Flush gegeben. Ja, moin. Okay, äh, gut. Wir sind tot. Wir spielen noch mit der guten Frau. Also, sie ist interessant. Ich glaube, es war einfach die falsche Wahl. Ich glaube, es war einfach die falsche Wahl. Zu sagen, wir nehmen noch was, was ein Paar braucht, ne? Das war vielleicht nicht ganz so schlau. Okay, das wird ein Bier, sie muss noch... Wow, gefällt mir gar nicht. 13 mit einer Karte. Und, äh, zwei Herzen. Ja, komm. Bringt zwar am wenigsten, aber... Und sie hat vielleicht direkt zwei Herzen. Nope. Oh! Jetzt hat sie definitiv zwei Herzen. Okay, das würde sie auch töten. Oh, ja! Iiiiih! Die olle Sackrate, ey. Direkt auf den Sack gekriegt im ersten Kampf. Und nicht schlecht, ne? Nicht schlecht auf den Sack gekriegt. Was? Ach, ich hab keine. Stimmt, ich hab da mehr Money rausgezogen. Uuuhh. Uuuhh. Gut. Ah, für 10. Ne, gibt nichts, was ich sagen würde. Uuuhuuhu. Heiß. Geil. Schnieke. Drei rote Karten. Zwölf... Uff, ja, klasse. Au! Und, äh, au, au. Okay. Warte, damit stirbt auf jeden Fall die nächste Runde. Glück gehabt. Das hätte sehr außer Kontrolle geraten können. Äh, der Shop. Ja, lass mal gucken, was er hat. Ah, dö, dö. Äh, ja, nee. Drei Karten. Und der Körst, den Gegner. Okay, das nehm ich jetzt mal. Das sollten wir dann... Ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, wie genau das funktioniert. Wow, er hat schon mal... Ach, da hat er sonst drauf. Uuuhu. Wenn ich den jetzt hier reinmache. Na, warte mal. Körst, 47. Ah, ja. Choose an item to curse. Das da. Was? Show confirmation? Okay. What? Etwas weird? Und weil er es nicht benutzt hat, kriegt er 47 Damage, bis er das benutzt, irgendwann. Okay. Das heißt, er ist jetzt im IMA und ich kann hier... Kann ich das weiter adden? Nein, ich kann es ersetzen, wie es aussieht. Aber weil er das benutzt, ist der Curse weg. Aber der hier bleibt. Okay, also man kann nicht stacken, aber ersetzen. Gut zu wissen. Ich würde ja schon gerne... Ich würde ja schon gerne... Gib mir den. Wow, wenn das nur eine 5 ist, haut er uns schon mal 35 rein. Ups, warte. Schauen wir mal, ob das was wird. Wir haben kein einziges Paar. Wir machen hier mal 31 Curse drauf. Die Schoße nehmen wir mit. Toll. Er hat es getroffen, ey. Ich pack es nicht. Und da war es auch nur mit zwei, ne? Oh. Ach, leck mich doch. Was ist das denn? Oh. Also, das Spiel ist hart. Na, schade. Ja, das mit dem Curse ist auch interessant, weil die ja versuchen, das linke System... auch wenn es sich das komisch handelt, zu benutzen, ne? Ja, ich gehe mal hier unten hin, in der Hoffnung, dass wir hier was Gutes sehen. Oh, jemand hat zwei Chips verloren. Ja, danke schön. Okay, er haut schon mal für 10 zu. Oh, wer das Ass wieder als zwei zählen kann, ne? Äh. Wiss. Ach so, Asskönig, okay. Ja, müssen wir wohl fressen, ne? Oh, 8 Damage. Toll, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben einen Straight. Der uns gar nichts bringt. Hurra. Come on. Ja, das mit dem Paar ist einfach... Puh. Okay. Schaulich. Und Lingard? Ich habe keine Ahnung, ob was das anspielt. Wenn das irgendein Song ist, kenne ich nicht. Ich höre keine Musik. Wieso bin ich nach oben gegangen? Ich hätte eigentlich nach unten gehen sollen, dürfen, müssen, können. Wow. Klasse. Dann habe ich ihm die gleiche Kalte nochmal gegeben. Rentiert sich. Ah, ich bin doch am Sack. Was ist das denn? Warum wollen die diese Enchartress tot sehen? Meine Heiser. Das kann schon mal nicht passieren. Ich futter das jetzt trotzdem. Ich futter das jetzt trotzdem. Oh. Na, ich lasse das vielleicht auch mal versuchen zu switchen. Kann ich bitte... Irgendein fucking Pair haben? 24 reicht nicht. Ich brauche irgendwas davon. Meine Fresse, ey. Willkommen im Shop. Ja, dankeschön. Da kannst du einfach eine Karte ziehen. Für eins. Ja, das ist eigentlich gut, ne? Das kannst du so oft machen, wie du möchtest. Petsnake. Na ja, komm. Gib mir den... ...Karte. Scheiße. Dann können wir wenigstens damit was anfangen. Ich glaube, das ist stark. Das ist gut. Das ist... Ja. Ich habe nicht genug Geld für den Temple of Kings jetzt. Gib mir das Ding. Ich bin hingefallen. Stark. Das Knie aufgeschürft. Ja, die wollen mir die Karten nicht geben, ja. Absolut... ...absolut bescheiden. So. Für vier angreifen. Aber ihr gebt mir auch... ...dann drei. Okay. Ja, das ist gut mit ihr. Da musst du hier nicht ständig die Teile benutzen. Könnte ich... ...einfach nur einen... Danke. Ich denke... ... Okay. Au. Hey, der Witzker. Die gute Frau, ne? Die gute Frau. Okay, er wird jedes Mal mehr ziehen. Das heißt, wir müssen ihn eigentlich relativ flott versuchen, kalt zu machen. Also die zwei Könige sind schon mal gut. Wir hätten zwei Dreier. Wir hätten auch zwei Achter. Immerhin. Ja. Das Casino, Wizard's Tower. Ja, das gebe ich jetzt mal aus. Ich habe jetzt fast verdüttelt, ne? Die Zehner werden mehr wert sein. Ja, okay. Im Castle Shop können wir eh nichts machen. Im Casino, ja, die Twenty Ones. Wow, das ist hart hier. Die sind, das sind starke Karten. Karten. Ich bräuchte das mal. Staff of Perfection. Uff. Gefällt mir gar nicht. Da kommt der Schrott rein. Das ist das Wichtigste. Okay. Okay. Stopp. Okay. Die zwei haben wir gewonnen. Genau die, die wir haben wollten. Stark. Der Dungeon muss nicht sein. Ja, dass du manchmal die Karten nicht kriegst, die du unbedingt brauchst, ne? Das ist... Hart. 50 und 23 Angriff. Du hast immerhin 35 und 18. Ja. Okay, 10 ist verbessert. Ja, die Vierer mache ich trotzdem ist weg. Okay, zwei Könige. Ja, vielleicht nehme ich, was ich sage, die 2,7er mit. Er greift für 18 an. Ach, ich kann nichts dagegen machen, ne? Weil ich den da schon benutzt hatte. Er hat 67 live. Gibt mal hier noch so ein paar. 10 wäre stark eigentlich, ne? Das sind 60. Reicht nicht. Aber besser als der andere Rest. Eine habe ich rausgezogen. Fuck. Vier. Ja, ich... Ich muss hier was essen. Ach, ich bin voll. Ja, moin. Ich vergesse immer, dass du nur einmal futtern kannst, ne? Zwei Herzen? Okay. Soll ich seine Karten switchen? Mit den 2,2ern brauchst du gar nicht anfangen. Ich glaube, ich versuche, seine Karten zu switchen. Ja, neuner. Ja, neuner. Immerhin. Zwei Asse. Er ist noch am Leben. Er würde für neun angreifen. Ich muss jeden Schaden vermeiden, ey. Ich muss jeden Schaden vermeiden, ey. Das ist doch... Schwachfug ist das teilweise, ne? Plopp. Okay. Mit Paaren wird gepoisoned. Er hat eins. Die Fünfer. Oh, kein Paar. Wir haben eins. Er hat wieder eins. Oh, no. Fast. Alter. Hier ist eine Farm. Da können wir Essen kaufen, oder? Wow. Und zwar viel Essen. Ich glaube, wir werden uns dann nach oben begeben. Falls wir da ankommen, ne? Da haut er schon eine raus. Ah ja, wir werden getroffen. Gut. Ähm. Versuchen wir den mal zu tauschen. Haha. Das hat jetzt nicht unbedingt allzu viel gebracht. Ach so, ich dachte, er funktioniert mit Paaren. Schwein gehabt. Ich wollte mich schon wieder beschweren. Ich würde super gerne hierhin, ne? Ach stimmt, da kann ich auch... Das kann ich auch nur einmal machen. Oh. Ja. Versuchen wir das Ding zu bekämpfen, ey. Ach stimmt, jetzt... Oh, no. Okay. Lass mal gucken, was Freeze macht. Ach, du musst 21 Wert reinstecken. Uh. Das ist auch noch unsere Angriffskarte. Hier, moin. Okay. Interessant, auf jeden Fall. Auf jeden Fall interessant. Kann ich auch noch eine 10 haben? Ne, eine 8. Und er wird wieder was einfrieren. Ach so, wir ändern das. Oh. Gib mir eine 10. Nein. Oh, beides abgewehrt. Eieieieiei. Ach, da gibt es noch einen. Ich dachte, wir müssen nur einen bekämpfen. Ähm. Das könnte er ja hinkriegen, ne? Direkt. Wenn er getroffen wird, passiert nichts. Okay, Schwein gehabt. Ja. Er hat schon wieder einen... Also, das habe ich über die 3, 2, 4 in die Hand gegeben. Oh. Oh. Das ist zu wenig. Hallo. 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 Das sieht mir sehr suspekt aus. Hat irgendwas Interessantes. Sibir, des. 4 Karten. Poison mal 05. Was hast du hier sonst so? Ah, ja. Das ist ja ungewö... Also, unwahrscheinlich. Oh! Da ziehst du einfach zwei Karten umsonst. Das wären 11, dann hätten wir noch 13. Okay, das ist weightless. Okay, put in bag. Das kaufen wir, weil es weightless ist. Und dann müssen wir uns noch einen Upgrade-Item-Slot holen. Dann kann ich dich auch hier rein. Okay, 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 okay. Hm, was können wir mit eins so kaufen? Guck, warum wir es gar nicht erst angucken? Ja, wir gehen zur Farm. Und kaufen uns Fleisch. Und hoffen aufs Beste jetzt. Also. Wir haben keine roten Gemstones. Cooldown 1. Okay, das können wir also öfter machen. Das hat auch einen Cooldown. Okay. Drei schwarze Karten, vier rote. Wir würden einen Angriff überleben. Aber auch nicht so viel mehr. Das war das Beste, was passieren konnte. So, er hält sich Block. Das heißt, wir können damit gar nichts anfangen. Wir kommen nicht durch den Block durch. Egal, was wir an Pair hätten. Er holt sich nochmal Block. Oh, okay. Oh, wow. Jetzt würden wir ein bisschen Schaden machen. Aber der wird uns zusammenhauen. Also, da haben wir keine Chance. Irgendwas zu machen. Okay. Alter. Der nagt am Hungertuch. Ja, nicht nur das. Das müssen wir ein bisschen hoffen. Das hat nichts von beiden triggert. Dann haben wir eine Chance, irgendwas zu machen. Und das... Ja, jetzt zum Beispiel, ne? Und dann machst du halt auch nicht viel Damage. Wir haben zu wenig Angriffskarten. Ja, 40. Da kommen wir dann... Da hat er immer noch sieben Block. Und das bringt uns gar nichts. Come on, ey. Ja. Ups, den wollte ich jetzt eigentlich nicht. Oh, okay. Shit. Noch eine Runde versuchen, klar zu kommen, ey. Boah. Ups, stark. Das war mehr Glück als Verstand. Die Achter reicht. Alter, Lachs. Mit nur einer Angriffskarte? Pff, ich glaube, ich nehme die Bonus-XP mit. Es ist stark, dass so viele verschiedene Charaktere da sind, ne? Ähm. Ich würde sagen, nächstes Mal nehmen wir die Kollegin mit. Wir machen Feierabend für heute. Also das Spiel macht auf jeden Fall... Was? 500% Bonus-XP? Wofür? Aha. Okay. Ich würde helfen, um das Spiel zu unterstützen. Ich habe diesen Link. Es gibt einen besonderen Code in it. Ah, ja. Das heißt also, wenn sich jemand das Spiel holt und diesen Link benutzt, bekomme ich 500 XP mehr. Wenn ein Freund den Link benutzt, wenn er 500 XP erhält, kriegen wir das Gleiche auch. Okay. Okay, herzlichen Dank dafür. Ah, macht Böcke. Können wir gerne nochmal spielen. Wie gesagt, wenn euch das gefällt, ihr nichts verpassen wollt, abonniert super gerne den Kanal. Hilft. Und ihr verpasst nichts. Ich wünsche euch was. Leute, macht es gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.